Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com. Heute bin ich im Uni-KRN-Korn-Korn-Koin. Also man kann es jetzt in dem Moment nicht wirklich aussprechen. Das Uni-KRN, das ist eine besondere Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geht man mal davon aus, dass Sie, wenn Sie genau hinschauen, hier auf dieses Cas in diesem Logo, sehen Sie ein spitzes Horn und das Pferd dazu. Also doch ein Einhorn, das einmalige Uni-Korn oder Horn, wie Sie es nennen wollen. Also genug jetzt mit dem Namen, es geht darum, was kann man hier. Und zwar ist es in erster Linie hauptsächlich ein E-Sport-Boo, also Casino mit entsprechenden ausgesprochen vielen E-Sport-Wetten. Also Freunde dieser Wetten werden hier glücklich werden. Also alles mit dabei, was Rang und Namen hat, ob das Counter-Strike ist oder dann Lothar, King of Glory. Also alles vorhanden, was Rang und Namen hat. Dazu kommen noch die ganz normalen Sportwetten im Bereich hier aufgeteilt. Und auch reichlich da alles, was man sich denken kann, kann man hier abgeben. Dann gehen wir weiter und haben das, was ich jetzt am Anfang schon gezeigt habe, den Casino-Bereich. Da komme ich dann nochmal zurück. Ich möchte gerne aber erstmal hier noch einiges mehr zeigen, was das Uni-KRN kann. Also es ist so, dass es hier möglich ist, mit dem speziellen U-Mod auf sich selber zu setzen und zu spielen. Also das ist doch mal was ganz anderes. Und dann muss man sich natürlich hier entsprechend einloggen per PC, Playstation oder Xbox und schon kann es losgehen. So und das ist mal was, was man selten vorstellen kann und da freue ich mich besonders drauf, das zu zeigen. Jetzt nicht zu zeigen, wie es funktioniert, das machen Sie selbst, aber dass ich es überhaupt erstmal erwähnen kann. So, dann gibt es das Money Match. Also Videospiele gegen Gegner. Also das heißt hier genauso. Man wählt ein Spiel und kann dann gegen einen realen Spieler spielen und dabei nachher entsprechend Geld gewinnen. Das ist doch mal was, wo sich das Zocken lohnt. Also in dem Moment, dass man eben wirklich dafür belohnt wird und spielen kann. So, die Rewards, die es hier gibt, das ist natürlich so, dass man bei den entsprechenden Anmeldungen einen Bonus bekommt. Also das heißt, Sie müssen Ihr Profil kompletieren. So und das bedeutet, dass man die Rufnummer noch verifizieren muss und schon hat man einen Euro mehr. Für die erste Einzahlung bekomme ich noch einen Euro. Für die ersten Wetten und Drehungen komme ich noch einen Euro und so weiter. Also das kann, das werden bis zu 5 Euro werden, die Sie hier sich gleich mal so schnappen können. Und dann gibt es sozusagen noch tägliche Bonus bis zu 10 Euro. Also hier ist einiges zu holen. Und zwar in Bezug auf Casino und natürlich diesen Money Match, U-Mode, Sportbetting oder E-Sportwetten. Also hier ist richtig was los. Also hier kann doch einiges passieren und es ist auch mal was Neues und so macht das auch Spaß, mal was Neues zu entdecken und auch für mich mal was Neues vorzustellen. So und hier sieht man dann im Prinzip die entsprechenden Angebote, die es so gibt. So und jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich hier aufs Unicorn klicke und dann im Prinzip auf die Hauptseite gehe oder die Casino-Seite gehe, dann ist es so, dass es immer wieder ins Englische zurückfällt. Aber es dürfte auch hier für alle Spieler jetzt nicht so problematisch sein, das Ganze in Englisch zu spielen. Hier unten kann man das zwar in Deutsch umändern, das wird dann auch gemacht, das steht dann Deutsch da, aber im Prinzip funktioniert es nicht wirklich so etwas hier. Dann steht jetzt alles in Deutsch da und sobald man sich aber wieder weg bewegt, fällt es wieder zusammen und es geht wieder ins Englisch. Und ob ich jetzt dieses Bonusangebot in Englisch oder in Deutsch habe, das dürfte jetzt nicht den großen Unterschied machen. So schauen wir doch mal, was es im Casino gibt. Der Casino-Bereich ist hier ganz gut aufgestellt. Man kann jetzt gar nicht sagen, dass es so klein ist. Ich liebe den Anbieter Playtash. Es ist hier leider nicht möglich, nach Anbietern zu sortieren, aber so viele sind es auch nicht. Bei uns auf der Webseite habe ich alle einzeln aufgeführt. Sie können sich das natürlich wie immer angucken. Und dann am Ende vom Video kommt auch noch der spezielle Link dahin. Und den sollten Sie dann nutzen, um sich weitere Informationen über das Uni-KRN dann zu holen. Unicorn, ich bleibe bei Unicorn. Für mich ist das ein Unicorn. So, also hier sind die einzelnen Spiele und da sind wirklich Granaten dabei. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass es auch in vielen anderen Casinos gar keine Jackpots mehr gibt. Also hier ist da einiges dabei. Und 42 Stück im Prinzip. 42 Mal die Chance doch eigentlich einen guten Schnitt zu machen. Und mal richtig fett zu gewinnen. Man sollte das nicht ausdehnen, aber im Endeffekt ist es schon so, wenn man sich hier drauf schaut mal, mit 5 Millionen der Jackpot gejahnt, ist natürlich ein Knaller. Da möchte ich nur drauf hinweisen, wenn Sie diesen Jackpot gewinnen wollen, müssen Sie mit vollem Einsatz spielen. Einsatz unter den Höchstbetrag zählen für den Jackpot nicht. Das ist sowas, wo man immer mal drauf aufmerksam machen muss, weil das ist im Prinzip dann, hier muss man jetzt wieder klicken, weil ich zu inaktiv im Prinzip bin bei meinem Video jetzt hier. Und das sollte natürlich in einem Casino nicht sein. So, dann haben wir noch den U-Boot. Achso, das hatte ich ja schon gesagt. Also, zurück zum Casino, zu den einzelnen Angeboten. Wie gesagt, es gibt hier immer verschiedene Angebote, wie hier zwischen 20 und 22 Uhr gibt es 20 Chips fürs Blackjack. Das ist auch nicht schlecht. Wobei man muss immer aufpassen, die Bonusbedingungen, ob ich dann überhaupt Blackjack spielen kann, das ist so eine Sache, aber es gibt dann auf jeden Fall einen Bonus und dann kann man den natürlich nutzen, ob es dann bei Blackjack ist oder hier bei den vielen Spielen, die es hier gibt. Das ist dann up to you. So, und jetzt also kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, um dieses Casino näher kennenzulernen. Es gibt natürlich auch noch, und das ist es ja, ein entsprechendes WIP-Programm, was hier zusätzlich noch mal dazukommt, zu den Angeboten. Ein paar Tipps sind auch noch dabei, wenn man mal hier einiges, kann man sich durchlesen, entsprechende Tipps braucht für Wetten, für Sonstiges. Einfach interessant auch etwas zu lesen und hier in diese Gruppe mit einzusteigen und dann aktiv zu werden. So, jetzt noch mal kurz zur Einzahlung, die hätte ich beinahe vergessen. Und der Einzahlungsbonus, wenn ich das jetzt mal klicke hier und sage dann 10 Euro wäre das Mindeste, dann hätte ich ein 300 Euro fertig zum Spielen. Ja, ich bin fertig zum Spielen. Ich möchte es erst mal nur zeigen. Und zwar sieht man dann genau hier oben, ich habe einen Einzahlungsbonus von 20 Euro plus 20 Euro Gratiswette und habe sozusagen 100%. Das kann man natürlich dann höher ausweiten. Und zum Einzahlen für die Ersten, dann ist es mit BitBay, kann ich dann natürlich die entsprechenden Kryptowährungen einzahlen oder dann eben hier mit Skrill, PCF Card, Giro oder Nettteller. Finde ich toll, dass man auch die ersten Einzahlungen mit Nettteller machen kann, um dann auch Bonus zu bekommen. Ist doch eine tolle Sache. Und ich freue mich, dass es ein tolles Casino ist, was ich hier vorstellen durfte und wünsche dann natürlich allen hier entsprechend Glück beim Spiel oder beim Zocken, beim bezahlten Zocken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Denise.